Karneval Er stellt dem Kumi ein Bein, dabei zwinkert er listig, alle lachen und schenken nochmal ein, träum ich vom Fliehen oder flieg ich vom Träumen? Die Fimi schreibt bunte Zahlen und malt kleine Bilder dazu, malen nach Zahlen, lässt ihn träumen, er lebt im Urwald und ist ein Kakadu. Der Aschermittwoch ist verpasst, alle sind optimistisch und heiter, der Präsident sagt lakonisch, scheiß drauf, wir machen einfach weiter. Träum ich vom Fliehen oder flieg ich vom Träumen? Die Pharma-Branche ist doch hier an Bord, ohne die kann fast keiner mehr sein, aus ihren Taschen gleiten locker ein paar Scheine, einer hält die Hand auf, sie fallen rein. Begrüßt wird die Rüstungsindustrie, ihre Vertreter preisen gute Konjunktur, die Auftragsbücher sind randvoll, Stopp von Waffenexport, Makulatur. Ein Vertreter der Lebensmittelbranche hat seine eigenen Schnitten mitgebracht, er fürchtet immer vergiftet zu werden und hat sich heimlich nur 10 Sekunden gemacht. Mit Kurs auf die schöne neue Welt fährt das Schiff im Strom der Zeit. Digitale Bilder dekorieren den Himmel und alle hoffen auf ein bisschen Ewigkeit. Unbemerkt kamen sie an Bord, schleichen heimlich bei Nacht über Deck. Sie leben von den Daten der Passagiere und überwachen sie mit nationalem Zweck. Alle passen aufeinander auf, dass keiner aus der Reihe tanzt. Wer tanzt, ist ohnehin gefährlich und für das System entbehrlich. Träum ich vom Fliegen oder flieg ich vom Träumen? Träumen "... theatyzien roll ... ... Untertitelung des ZDF, 2020